Oh, oh, fuck, shit! Der Mund würde mich da am meisten stören. Mervyn? Jason? Schon gruselig. Ich find's gruselig. Ich find's richtig gruselig. Das war nicht Jason. Geht's dir gut? Ich will nicht dorthin gehen. Dankeschön, Ola, für den Rage. Hallo? Dankeschön. Was ist das hier? Hallo, 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 hallo. Moin. Bist du's nicht? Jo. Dankeschön, Ola, für die elf Monate. Was haben wir denn hier? Dankeschön. Kennen wir ja schon. Mhm. Warum streichst du denn dann so? Mhm. Wir müssen hier raus, den Rest der Truppe finden und Maryvek anfordern. Ist ja lieber dankbar, dass ich dich nicht erschossen hab. Hier gibt's kein Waffendepot. Dafür gibt's hier aber jede Menge Iraker. Jetzt ja machen können. Nick? Nee, da wär ich jetzt allein. Sargent Kay, reiß dich zusammen. Augen auf. Hab was gesehen. Was meinst du, was gesehen? Das sah nicht menschlich aus. Im Tunnel. Hätte im Hubschrauber bleiben sollen. Verdammt, hab's gewusst. Du warst noch nicht einsatzbereit. Ich schwör bei Gott. Zieh Gott nicht in diese Scheiße rein. Ich will jetzt kein verdammtes Wort mehr hören. Du reiß dich jetzt verdammt nochmal zusammen, bevor du uns umbringst. Alter. Du musst mir glauben. Nein, glaub du mir, Sargent. Du hast nichts gesehen. Erstmal müssen wir hier raus. Weißt du, warum ich den erschossen hab eben? Warum? Also ich hab tatsächlich sehr spät erst geschnallt, dass du hinter mir stehst. Also ich hab's sehr spät erst gesehen. Hast du so was schon mal gesehen? Dass du hinter mir stehst und mich... Mhm. War nie gut in Geschichte. Ja. Ja, ich wollte ihn nur ausreden lassen. Dass du mich hättest erschießen können. Aber weißt du, warum ich den erschossen hab? Hast du den Film Der Soldat James Ryan gesehen? Ja. Ich hab mir genau das gleiche gedacht. Wenn du den jetzt nicht erschießt, rammt er dir nachher ein Messer in den Bauch. So, und deswegen musste ich ihn abknallen. Ich hatte die Wahl, ob ich auf den Helikopter schieße oder nicht. Ob ich den in die Luft schieße oder nicht. Hast du das gesehen? Ah. Also ich hab dreimal oder zweimal zu meinem Vorgesetzten gesagt, ich will nicht. Und dann hat er gesagt, du musst aber. Und ich hab nicht gewusst, dass ich die Zeit einfach ablaufen lassen kann und stand unter Stress. Und hab dann Volltreffer gelandet. Ich hab vorher schon mal einen Zivilisten erschossen. Oh, mein Chat hat mir was Interessantes erklärt. Wenn man zum Beispiel an eine Tür geht und da sind so viele Pfeile wie jetzt hier, dann weiß man, dass es damit quasi mit der Geschichte weitergeht. Und dass es nicht nur etwas ist, was man entdeckt. Das heißt, wenn wir was entdecken wollen, dann müssen wir das mit den Pfeilen immer zum Schluss machen in dem Gebiet. Ja, aber ich denke mir halt, das Stück kennen wir schon. Ja, aber ich würde trotzdem für die Vollständigkeit, würde ich halt trotzdem einfach nur das Ding da oben mitnehmen. Die Prophezeiung. Ja gut, ich hab mir das schon angeguckt. Ich mach das schnell und dann bin ich da. Okay, ein Loch. So nämlich. Wie kann man denn bei diesem Spiel speichern, frage ich mich gerade. Ähm, weiß ich nicht. Oder ist das automatisch gespeichert, wenn wir jetzt aufhören würden? Wahrscheinlich. Ich hab grad ins Menü gedrückt, sorry. Ich geh davon aus, dass es dann wahrscheinlich automatisch gedingst wäre. Ich speichere dann automatisch. Okay. Hast Glück, dass ich hier bin. Ja geschein, Leithaus, vier nebenbei. Das ist Mervin. Mann, ich versuch's doch. Hör endlich mal auf zu zappeln. Weiß mal, wer sie ist. Schnell, er verblutet. Wir müssen ihn schnell befreien. Halt durch, Kumpel. Wir helfen dir. Nicht, ich brauch dich hier. Schneid dir Draht durch. Hör. 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 Ah. Verdammt, der ist am Arsch. Ich kann dich hören, weißt du. Aber den kann man aber auch sterben lassen. Du überstehst das, Bruder. Halt durch. Ja, oder wir retten ihn. Nimm es. Nee, das ist dieser Sexist. Wir brauchen die ganze Zeit nur sexistische Sprüche. Den kann man auch sterben lassen. Ja, aber ich töte doch nicht jemanden, nur weil er ein Sexist ist. Du stehst wach. Ja, schon. Oh fuck. Was wegen denn? Mann, wer hat diesen Rucksack gepackt? Und die ist jetzt auch weg. Wow. Wer hat das sogar noch gesagt? Was verdammt nochmal ist denn jetzt passiert? Holy shit. Wir versuchen ihn hinzu. Gal месте. Oh cool. Was ist denn там? Du gehst ja aus allen Korn, ne? Achso. Du musst was machen, bitte, ne? Ja, ja, mach ich ja auch. Scheiße! Hab ich ja auch. Willst du die Wahrheit hören, oder nicht? Ich spucke es einfach raus. Ungelogen. Mann, es sieht übel aus. Pass da auf, dass der Pött ist. Wie du schon machst? Du kannst dich nicht mehr schlafen. 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 Lass los, Mann! Du brichst ihn noch hoch! Schön, Mann. Lass mich nicht allein, Nick. Nick, du bringst ihn um! Ich muss ihn loslassen. Ja. Ich hatte doch losgelassen. Ich glaube, man kann ihn nicht retten. Ich habe es jetzt auf drei Versionen probiert. Man kann ihn, glaube ich, nicht retten. Weg hier. Ich glaube, er ist bewusstlos und nicht tot, oder? Oh, was denn jetzt? Was siehst du? Äh, Bröckeln. Sand. Okay, dann sind wir an verschiedenen Orten. Okay, Mute. Ja. Oh, wir sind wieder Salim. Ich bin der Mulasim Salim Othman. Ich bin der Kuhl. Ich bin der Kuhl. Ich bin der Kuhl. Der Kuhl. Ich bin der Kuhl. Kapitän. Zift. Ignoriert er uns jetzt, weil er uns nicht mag? Wahrscheinlich. Wenn wir Sachen gesagt haben, die er nicht gut findet. Ich kann dich entsprechen. Ich bin der Kuhl. Ich bin der Kuhl. Ich bin da deinem Wett. Ich bin der Kuhl. Ich bin der Kuhl. Ich habe nicht so gelesen. Ich hoffe, ich habe meine Musik. Ich habe meine Frau von Tönke gesehen. Ich habe einen Ort von meiner Tür gelegt. Ich habe einen Ort von der ihr gesagt. Ich werde meine Hüter nehmen. Was Paraent ist, hier? Was habe ich hier? Ich habe mir nichts gelesen. Das ist nicht so, Herr Alif. Es ist ein Wettbewerb. Es ist ein Wettbewerb. Das ist ein Wettbewerb. Das ist ein Wettbewerb. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Das ist ein Wettbewerb. Das ist ein Wettbewerb. Ha! Hallo? Nicht was geglänzt? Ey, ich schwöre euch, ich finde das so unangenehm gerade. Ich finde das so dermaßen unangenehm gerade. Oh, Jesus. Ich sehe halt nichts. Hast du gerade Pause gedrückt? Oh, ich gucke mir eigentlich nur was an. Und dann ist es bei dir pausiert. Bei mir ist es gerade pausiert, aber ist nicht schlimm. Guck ruhig in Ruhe an. Aber das ist ja blöd. Es stört nicht. Ich bin gerade am Ende von der Sequenz. Also alles entspannt. Okay. Nee, können wir ruhig weitermachen. Es war nur so eine, ich habe so etwas gefunden, was ich mir angucken wollte. Und ja, aber kann weitergehen. Guckst du ruhig an? Nee, alles gut. Nee, nee. Ich wusste es. Nein, ich habe es verkackt. Ich habe doch B gedrückt. Äh, äh. Nein, ich habe doch B. Ich bin so unter Stress. Ich will ihn nicht jetzt schon töten. Bitte nicht jetzt schon. Ich will ihn nicht jetzt schon töten. Ich bin so unter Stress. Ich kann das nicht. Alter, ich bin so unter Stress. Nein, ich bin so unter Stress. Oh, mein Gott. So, jetzt sind wir wieder zusammen, ne? Ja, ich komme nicht auf mein Leben klar. Mein Rücken ist nass. Echt? Ja, es war einfach nur stressig, alles gerade. Alles war gerade, alles war gerade stressig. Ich würde es gerne so machen, dass wir vielleicht hier pausieren und vielleicht jetzt direkt einen neuen Termin festlegen.